Schreiben ist eine Kunst. Schreiben ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Und Schreiben ist eine Fähigkeit, die in der Schule häufig zu kurz kommt. Als Schüler musst du zwar viel schreiben, hast aber vielleicht trotzdem oft den Eindruck, dass sich nicht wirklich etwas an der Qualität deiner Texte verändert. Manche Schüler gehen sogar so weit zu sagen, dass sie niemals lernen werden, einen guten Text zu schreiben. Aber das stimmt nicht. Jeder kann lernen, gute Texte zu schreiben. Alles, was du dafür benötigst, sind ein paar essentielle Bausteine. Bausteine Nummer 1. Du brauchst das nötige Wissen über die besonderen Merkmale der einzelnen Textsorten. Bausteine Nummer 2. Du musst wissen, wie du deinem Text eine gute Struktur verpasst. Und Bausteine Nummer 3. Du musst dein Auge für Fehler schulen, um diese selbst korrigieren zu können. Genau um diese Bausteine geht es bei unserer Schreibkonferenz. Mit einem gezielten Training und dem richtigen Feedback schreibst du bald nicht mehr nur, um diverse Schulaufgaben zu erledigen, sondern um deine Leser ganz bewusst und gerne zu informieren, zum Nachdenken anzuregen oder zu unterhalten. Wir freuen uns auf dich! Musik 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 Musik